Die Enteignung der Immobilienbesitzer, sie wird vermutlich beginnen. Wann? Morgen, am 30.09.2024. Die Grünen haben geladen zu einem Zukunftskongress, für den sie ein achtseitiges Positionspapier erarbeitet haben, was den wunderschönen Titel trägt. Grüne Finanzexperten wollen Steuerprivilegien für Reiche abschaffen. Ja, da will man wieder das urlinke Klientel bedienen und am Ende geht es aber um nichts weniger, als um die Abschaffung des steuerfreien Immobilienverkaufs nach zehn Jahren Haltedauer. Du wirst erst sagen, das betrifft dich nicht, da muss ich dich leider enttäuschen. Das wird 63% aller Haushalte, die zur Miete wohnen, in diesem Lande betreffen. Und vermutlich nicht nur diese. Ich erkläre dir heute alles Schritt für Schritt. Mit dem völligen Wahnsinn, den die grüne Bundestagsfraktion hier ausgerufen hat, morgen trifft man sich. Aber erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Man möchte Steuerschlupflöcher für Reiche schließen. Dann folgen am Anfang die Argumente, dass 90% des Vermögens in der Hand von einem Prozent sind und lauter solche Milchmädchen-Argumente. Es gibt eine Ungleichverteilung von diesem Vermögen in dieser Bundesrepublik, selbstverständlich. Man möchte jetzt hier die Gewinne aus Immobilienverkäufen nicht mehr nach zehn Jahren steuerfreistellen, sondern man möchte, wie es in diesem Papier heißt, die ganzen Immobilien nach zehn Jahren besteuern in ihrem Wertzuwachs, egal, ob man das vermietet hat oder ob man das gekauft hat, um damit zu spekulieren. Nur wenn man selbst darin gewohnt hat, ist man nach aktuellem Stand davon befreit. Sie wollen damit sechs Milliarden Euro pro Jahr für das Gemeinwohl der Gesellschaft mobilisieren. So steht es in diesem Positionspapier von diesen acht Seiten. Und da wird es viele geben vermutlich, die sagen, Ja, wenn einer schon 100 Wohnungen hat und er verkauft die hunderte Wohnung, dann muss er darauf auch Steuern bezahlen. Aber diese Rechnung ist eine falsche Rechnung, die gemacht wird. Denn es gibt jetzt hier Zahlen. Und zwar, die Zahlen sind aus dem Jahr 2019. Damals gab es 5,2 Millionen Haushalte in Deutschland, die eine oder mehrere Immobilien vermietet haben. Das sind nur die privaten Vermieter, Nicht die Gewerblichen, die Deutsche Wohnen, die Vonovia, wie ihr sie kennt, sondern Leute wie ich. Ich habe eine einzige Immobilie und diese ist auch vermietet. Und ja, auch ich bin betroffen und zwar in einem ganz konkreten Fall. Das schildere ich euch gleich. Es geht jetzt darum, dass 14 Millionen Personen oder Familien aktuell in einer Wohnung wohnen, die von einem privaten Vermieter überlassen wird. Das sind 63 Prozent aller Miethaushalte, wohnen bei einem privaten Vermieter und eben nicht bei einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft, bei einer Genossenschaft oder bei einem Immobilienkonzern. Das heißt, fast zwei Drittel der Mieter in diesem Lande sind darauf angewiesen, dass es einen privaten Vermieter gibt, der Wohnraum sich anschaffen konnte und diesen zur Verfügung stellt. Da kommt immer wieder das Argument, man möchte ja die Wertsteigerung dann abschöpfen als Staat, mit welcher Begründung ist völlig fraglich. Sie argumentieren dann, ja, die, die die Wertsteigerung haben, die lassen die Mieten auch so steigen. Und hier haben wir weitere Zahlen. Und zwar nach einer Befragung von Haus und Grund. 57 Prozent der Vermieter, die private Mietverhältnisse unterhalten, haben im kompletten Mietzeitraum die Miete kein einziges Mal erhöht. Sie tun es erst oft, wenn es einen Mieterwechsel gibt. So was ist fair, so was ist verträglich. Es sind jetzt 63 Prozent aller Haushalte in diesem Land, die betroffen davon sind, wenn der private Vermieter auf einmal, wenn er das Objekt wieder loswerden will, Steuern darauf bezahlen muss. Man denkt zuerst, naja, warum soll es jetzt denn ein Problem geben, wenn die Immobilie 200 gekostet hat und sie ist 400 wert und auf diese Differenz von 200.000 wird dann nach Spitzensteuersatz 84.000 Euro steuerfällig. Ganz einfach, denn diese 84.000 Euro Steuern müssen von dem Verkaufspreis bezahlt werden, von dem Eigentümer. Und wenn er den Verkaufspreis nicht ewig hochtreiben kann und dann mit weniger Geld auskommen muss, wird er sich, wenn er die Entscheidung fasst, die Immobilie abzustoßen, vor allem dazu entscheiden, die Instandhaltungskosten auf Null zu setzen. Man wird viel weniger in die Immobilie investieren, auch wenn dieses investierte Geld am Ende über die Abschreibung wieder abgezogen werden kann beim Kaufpreis, ist es doch ein krasses Stück, wenn man auf einmal von einem Wertzuwachs von 200.000 Euro dafür, dass man eine Immobilie 10, 15, 20 Jahre gehalten und vermietet hat, fair vermietet hat, unterhalb vom Mietspiegel vermietet hat. Das spielt überhaupt keine Rolle und trotzdem soll man dann hier zur Kasse gebeten werden. Wenn man jetzt wieder mit dem Argument kommt, aber die privaten Vermieter, die würden so viel Geld verdienen, haben wir hier auch Zahlen. Und zwar lediglich 11% der privaten Vermieter erwirtschaften im Jahr mehr als 20.000 Euro Mieteinnahmen. Dann vermieten sie entweder ein sehr großes Haus oder mehrere Wohnungen. Über die Hälfte der privaten Vermieter kommt noch nicht einmal auf 7.500 Euro pro Jahr Einnahmen durch die Vermietung eines Objektes. Dann gibt es wieder Grafiken, die rumgereicht werden, dass innerhalb von 10 Jahren das Durchschnittseinkommen des Vermieters um 2.000 Euro gewachsen ist. Nochmal, es gibt zum Beispiel auch 7%, die legen jedes Jahr drauf auf ihre Immobilie. Es ist völliger Wahnsinn sozusagen. Und auch ich wäre konkret betroffen, und zwar in einer ganz perfiden Situation. Ich konnte meine Immobilie unter Marktwert kaufen, weil ich sie jemandem in meiner Familie abgekauft habe und da kein üblicher Marktpreis zustande kam, sondern ein Familienpreis sozusagen. Jetzt habe ich quasi beim Erwerb meiner Immobilie, sagen wir mal, 100.000 Euro gespart gegenüber dem Marktwert. Wenn ich meine Immobilie irgendwann, egal wann, verkaufe, aus welchen Gründen auch immer, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Wertsteigerung mitnehmen will, es kann sein, dass ich darauf angewiesen bin, sie zu verkaufen, dann geht der Staat hin und sagt, naja, du hast ja am Anfang 100.000 weniger gezahlt, also muss man quasi auf die Wertsteigerung, die ich am Anfang, also auf den Nachlass, den ich in der Familie bekommen habe, muss ich dann Steuern bezahlen. Jetzt mal fiktives Beispiel. Ich habe 100.000 Euro gespart beim Einkauf und muss beim Verkauf aber 300.000 Euro Zugewinn versteuern. Und da sind genau die 100.000 Euro drin, die ich am Anfang den Kaufpreis niedriger hatte und dann muss ich quasi auf den gesenkten Kaufpreis meiner Familie am Ende bei 100.000 Euro 42.000 Euro Steuern bezahlen, dafür, dass ich einen Rabatt bekommen habe. Ein anderes Modell wäre gewesen, ich hätte mir es nicht 100.000 Euro billiger kaufen können, sondern hätte in der Familie die 100.000 Euro dann zurückschenken lassen. Dann hätte ich einen marktüblichen Kaufpreis gezahlt und hätte dann gegenüber dem Finanzamt jetzt nicht das Problem, dass ich quasi 100.000 Euro versteuern muss, die mir quasi gar nicht in Form von Geld zugeflossen sind, sondern die das Finanzamt fiktiv ansetzt, wegen den Werten der Immobilie. Ihr seht daran diesen völligen Wahnsinn. Normalerweise ist es ja so, dass man nach 10 Jahren das Ding steuerfrei verkaufen kann und dann ist es auch egal gewesen, wie teuer oder wie billig man eingekauft hat, wie viel noch von der Abschreibung da ist, sondern man sagte früher immer, jemand, der bereit ist, mit privatem Geld zu investieren, in das Risiko des Vermietermarktes zu gehen und dieses Risiko 10 Jahre zu ertragen, unabhängig davon, ob er ertragspositiv oder negativ ist. Das war damals die Freistellung dafür, dass es doch einen Anreiz gibt, dass man sich so eine Immobilie zulegt, denn in 10 Jahren kann viel passieren. Robert Habeck mit dem Heizungsgesetz hat es uns vorgemacht, wie schnell wir quasi aus irgendeiner Traumwelt gerissen werden und sollen irgendwelche Dinge bezahlen, das kommt jetzt auf diesen ganzen Mietmarkt noch obendrauf. Und die Grünen wollen dann quasi hier einfach mal abrasieren für das Gemeinwohl, wie sie sagen. Dabei ist dieser Wohnungsmarkt in der überwiegenden Mehrheit in der Hand von Privatleuten, die meistens nur eine oder zwei Immobilien vermieten. Und es gibt sogar eine Aufschlüsselung, aus allen Einkommensschichten heraus gibt es Vermieter. Natürlich ist das obere Einkommensfünftel die stärkste Gruppe und die untere die schwächste, aber das geht durch alle Einkommensgruppen hindurch und somit wären auch alle in diesem Lande betroffen. Das fängt ja schon damit an, viele denken dann immer jetzt an ein Haus in München für 1 oder 2 Millionen Euro oder eine Wohnung in Berlin für eine halbe Million Euro. Denkt einfach mal viel kleiner. Ihr bekommt oder ihr kauft aus irgendeinem Grund eine kleine Wohnung für 80.000 Euro. Dann wohnt ihr da drin und vermietet die danach noch oder ihr vermietet sie nur, ihr habt sie 15 Jahre gehalten und bekommt dann 200.000 Euro am Ende. Ja, das sind 120.000 Euro Wertsteigerung und auf die müsstet ihr nach 10 Jahren, nach aktuellem Stand, gar keine Steuern bezahlen. Aber darauf sollt ihr dann bis zu 42% Einkommenssteuer bezahlen. Das ist völliger Wahnsinn, wie die Politik sich hier jetzt wieder einmischen will. Morgen gibt es den Livestream von den Grünen, von ihrem Zukunftskongress, wo sie das vorstellen wollen als Kernforderung wieder gegen Reiche, wo ich sagen muss, ich bin nicht reich, ich verdiene vielleicht im oberen Drittel, okay, aber ich zahle auch die oberen Steuern in diesem Lande. Reich wäre ich, wenn ich kein Video machen müsste und nicht arbeiten müsste und trotzdem meine Einnahmen hätte. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich muss auch sehen, wie ich meine Brötchen dann beim Bäcker bezahlen kann. Wobei, da fällt mir wieder Robert Habeck ein und da sind wir wieder bei den Grünen mit ihren wahnsinnigen Ideen jetzt hier einfach hingehen und pauschal zu sagen, egal wer es ist, selbst wenn es jemand ist, also jetzt mal angenommen, ihr hattet einen guten Job, habt eine Immobilie gekauft, um die zu vermieten für die Altersvorsorge. Dann werdet ihr erwerbsunfähig und könnt aber dennoch, weil eure Immobilie Cashflow positiv vermietet ist, mit einem langen Kredit zum Beispiel, könnt ihr diese Immobilie gerade so noch halten. Dann geht ihr irgendwann hin und verkauft diese Immobilie, damit ihr sagt, ihr habt das Geld in der Tasche und wenn ihr jetzt quasi in Erwerbsminderungsrente seid und verkauft dann eine Immobilie mit Wertsteigerung, würde der Staat hingehen und euch von der Wertsteigerung dann wieder einen großen Teil wegnehmen, wenn ihr danach dann aber Pflegekosten braucht zum Beispiel, dann würde der Staat das aus der Allgemeinheitskasse bezahlen, anstatt dass man dem Individuum das Geld dann überlässt für die individuelle Daseinsvorsorge. Nein, der Staat möchte wieder vorschreiben und uns alle zum Wahnsinn treiben. Sie würden uns hier quasi faktisch enteignen und es hätte Nachteil für mindestens 14 Millionen Personen in diesem Lande, die von privat in vermieteten Wohnräumen wohnen. Zuerst gehen die Investitionen zurück, es wird dann alles quasi verfallen gelassen, das wäre dann eine DDR 2.0, damit man am Ende beim Verkauf bis dahin noch Geld gespart hat. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Das ist aber grüne Politik und man sieht vor allem eins daran, die Grünen sind lernresistent. Eine Klatsche nach der anderen bei den Wahlen und sie kommen jetzt hiermit um die Ecke. Ich bin mal gespannt, wie viele der grünen Mitglieder zum Beispiel aus Kreuzberg am Ende von sowas auch betroffen sind, weil es doch viele Grüne gibt inzwischen, die auch über Immobilieneigentum verfügen. Ich bin gespannt, wie du das Ganze siehst. Bist du betroffen? Kennst du jemanden, der betroffen ist? Wärst du als Mieter betroffen? Weil du weißt, dein Vermieter vermietet nur diese eine einzige Wohnung. Ich bin gespannt. Dieses Thema ist wirklich heiß. Es ist heiß kontrovers. Ich bin mal gespannt, wie morgen die Diskussionen dann öffentlich geführt werden, auch in den Medien, oder ob sie das Ganze dann unter den Teppich kehren wollen. Abonniere diesen Kanal, schau auch beim Messerradar vorbei für die tägliche Messer-Inzidenz und damit sage ich ciao. Bis bald.